Krass ja, Norris war mal Norris war mal Mit zu Hause hat mich gerufen wegen einer Sache und dann wusste ich nicht, dass ich live war Und dann hat er halt gerufen und hat man es halt gehört, ne? Ist halt krass, ne? Ja Das sollte irgendwo auf meinem Shotskanal glaube ich live sein Der Clip Okay, ich muss irgendwie jetzt meine Spitzsage wieder hochleveln Hmm Das kann jetzt halt ein bisschen dauern, ne? So Ja, ich geh mal da ein bisschen Quarz farben